Atemberaubende Drifts, spektakuläre Action und immer Maximum Attack. Highspeed in der Eifel, enge Kurven in den Weinbergen, Megashow auf der Panzerplatte. Erlebt die Rallye Stars beim Deutschen Lauf Sophia Rallye Weltmeisterschaft. Vom 20. bis 23. August in und rund um Trier. Die Fahrerpräsentation und die Siegerehrung der ADAC Rallye Deutschland finden übrigens an der historischen Porta Nigra in Trier statt. Ihr wollt beim Deutschen Lauf zur Sophia Rallye Weltmeisterschaft hautnah dabei sein? Wir verlosen 5x2 Tickets für die ADAC Rallye Deutschland in Trier. Beantwortet einfach unsere Gewinnspielfrage und mit etwas Glück verfolgt ihr das Rennspektakel vom 20. bis 23. August live. Allen Teilnehmern wünschen wir viel Glück. Sebastian Nogier, Thierry Neville, Robert Kubica und Yari-Marty Latvala live bei der ADAC Rallye Deutschland. Lasst euch das Rallye Spektakel des Jahres nicht entgehen. Mehr Motorsport Action geht nicht. Das Rallye Spektakel des Jahres nicht entgehen.